Für den einbeinigen Beinbeuger stellst du dich mit den Oberschenkeln gegen das Polster in die Maschine rein. Stelle dir die Rolle ungefähr an das untere Drittel der Wade und deine Achillessehne ein. Mach den Rumpf fest, halte dich vorne am Gerät fest. Beuge dann nur den Unterschenkel ungefähr 90 Grad nach oben an und lass das Gewicht wieder langsam nach unten ab. Achte dabei nochmal drauf, dass wirklich beide Oberschenkel die ganze Bewegung lang am Polster vorne bleiben können.